Katja, Oskar, Tobin! Hi! Hallo, heute ist der dritte Dezember und wir haben das dritte Kühlschränkchen geöffnet. Und heute gibt es die tollen Dosen von Kortiol, Superstabelbar, bei uns online zu erhalten. Endlich kein Scheppern mehr im Kühlschrank. Und morgen sehen wir uns wieder mit der nächsten Erwaschung. Bis morgen. Dann koch mal schön weiter. Danke. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018